Einfach den normalen Regalmitteln ein wenig ins Chessick reingegangen, also ein wenig ins Gitarristische, das ist eigentlich ganz angenehm. Okay, das Konzert war super, geile Stimmung, chillige Musik, super zum tanzen, passen. Es ist einfach ein ganz anderes Feeling, wieder mal etwas anderes zu mir an. Klasse, echt super. What I want to say, tonight was the best night of my life and I'm happy to meet all your pro, your band on everybody. Ich bin ein Reggae-Fan und die ganze Band gefällt mir. Sehr gut, genau das, was ich mir erwartet habe. Was gefällt Ihnen draußen gut? Ja, der Reggae und die ganze Mischung, das ist einfach eine gute Sache. Wir sind auf die Band aufmerksam geworden, weil sie ja schon sehr, sehr lange im europäischen Bereich unterwegs sind und wirklich auch schon sehr bekannt sind und wir haben sich irrsinnig gefreut, dass es uns gelungen ist, dass sie wirklich auch einen Stopp in Amphilwang eingelegt haben und dass man auch mal ein bisschen Reggae-Feeling in Amphilwang mitkriegt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017